Mit Tristan habe ich es richtig, richtig, richtig lange nicht ans Wasser geschafft und jetzt ist es endlich mal wieder so weit. Geil, ich habe Bock. Wenn die Fische auf Futter sind hier vorne, erwarte ich auf jeden Fall, dass es heute Nacht, sobald es dunkel ist, anfängt zu klingeln. Wahnsinn. Übelst geil. Das wird hier richtig krass laufen. Prognostiziere ich jetzt schon mal. Philips Receiver hat den Geist aufgegeben. Mein Kescher habe ich geschrottet. Funktioniert so semi gut ohne Kescherstab. Hoffentlich geht nicht noch mehr kaputt. Irgendwann kommt man auch an seine Grenzen. Wir lagen noch nicht mal im Bett. Das ist Nummer 3. Ich glaube das wird gut. Ich glaube das wird richtig gut hier.